Liebe Erstsemester, herzlich willkommen an der Heinrich-Heine-Universität und zwar im Namen der ULB, der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, von ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen auch nur kurz BIP genannt. Wir unterstützen Sie gerne im Studium und zwar stehen wir Ihnen mit Rat und Tat rund um die wissenschaftliche Information zur Seite und zwar frei nach unserem Motto Wissen, wo das Wissen ist. Und wenn Sie auch mal einen guten Arbeitsplatz brauchen, wir bieten Ihnen diesen. Auf unserer Website haben wir Ihnen Informationen zusammengestellt, wie Sie die ULB am effektivsten nutzen können und schauen Sie auch bei Instagram rein, da erfahren Sie den einen oder anderen Tipp. Sprechen Sie uns an bei Fragen, vor Ort, per Chat, am Telefon. Wir sind für Sie da. Ich möchte Sie nun im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich an der Heinrich-Heine-Universität willkommen heißen und wünsche Ihnen ein erfolgreiches Studium. Machen Sie die ULB zu Ihrer BIP. Wir freuen uns auf Sie. Machen Sie das, was Sie denn hier haben Sie? Machen Sie die ULB. Wir sehen uns auf Sie. Machen Sie das, was Sie da. Machen Sie das, was Sie interessiert, haben Sie das. Wir sehen uns auf Sie. Machen Sie das, was Sie in der Karte. Halt die Verkaufung. Machen Sie das, was Sie das, was Sie uns an, die Wissen ist und Sie ja Vielen Dank. Vielen Dank.